und man kann das oder der liebte der jahr hat dort zu erledigen er auf dem c4 umrennen kann ich auch so lange es nicht schon werden habe ich es gezündeten ist nicht gestorben haben kommen sehen er hat der brusch auf einmal aber hast die paar leute macht es kaputt das ist nicht lustig gegen red oktober zu spielen muss ich sagen die stinken hart nach magi mehr nicht sagt er nicht der hier wahrscheinlich am öftesten verweckt zum schicken die hart nach magi das ist glaube ich das ist nicht mal komplett red oktober sind ja nur 5 6 handel sind ja wenn es komplett red oktober wäre dann wenn wir innerhalb von 2 kunden tot also die ganze base wäre einfach und zwei sekunden eingeladen dann gefällt ich einmal eine sekunde wahrscheinlich zum zingeln dass wir nicht erstens von dem rauskoppeln das ist ja nichts ist mir wirklich nicht stark jetzt gerade zu dir ja gut natürlich sind nein sie ficken uns natürlich weg das ist mal klar aber das ist nicht stark aber wenn sie wirklich komplett werden werden wenn sie uns mehr wegficken die logik auf dem futur wenn die komplett werden dann werden die auf einmal weg stark die mit ihren mp waffen und dann mit ketten das gibt es nicht mehr jahre ich ihn noch so macht er mich wieder tot 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 ich bin schon wieder die ersten maxes im teleporter aber ich glaube jetzt sind sie komplett zurückgezogen aber einer ist einer ist Richtung D gelaufen eben kairos ja der kennt mich ja nicht ja der hat mir auch schon zweimal die gilt der holen soll ich habe ihn verfolgt aber mit der schrotze auf distanz ist halt essig gegen eine schwere mit einsatzschild dick hier ist stark hat es auch wieder erwischt ich glaube die verteidigen erst ihre baus ist alle zum botany ja da geht gar nicht da habe ich den wegpunkt hin gemacht hab ja ja da will ich auch hin ja haben sie schon verteidigt na egal wir pushen das jetzt wieder zurück also also wir wollen pushen und dann schaffen wir es nicht und dann nicht schon wieder gesagt das ist der plan der kairos der geht mir so auf den sack tötet den mal einer der red oktober der hat mir spawn beacon gesetzt draußen ja ich habe es gesehen bei dir ist er das war ne ja das ist ein heavy das ist kairos der hat mich zum dritten mal hintereinander getötet und wir haben ihn getötet ja ihr seid auch vier leute also bin ich aber angehe die leute die jetzt nachher droppen die töten uns jetzt dann mach halt den beacon weg ja geht nicht wenn die uns töten die stehen auf der strecke zwischen uns und den bieten muss erst mal wieder futter kommen und hier euch das zeigen wie das geht wer welcher medic von euch beides hat über mich rüber gelaufen ich bin leicht und schauer wird die steht alle auf dem dach oben ja ich wollte gar nicht also habe ich am medic noch gesehen das teurer ist aber dann habe ich dachte ja ne ja ne so wie jeder andere medic halt auch ja nö laufen weiter ja ich habe jetzt geschaut ob da noch er wurde wieder viele wiederbelebt der kairos tötet mich instant immer oh zwei kill alter ich glaube der hat also der hat sich jetzt in meinem ranking weit nach oben was ich habe ihn gekillt was nein ich habe einen verbündeten gekillt warum er hat nicht mehr geschossen oh mein gott oh ich habe einen geneift am 3. Oktober ich habe einen geneift ne aber nicht auf video ich glaube das nicht es steht oben rechts am welcher bei dir nein steht da nix ich habe ihn geneift alter wo bin ich denn hier die steuerung ist käse ich weiß nicht mehr wo ich bin ne käse ist aus sich gerade ein von redektover geneift da wohne ich was hat das mit der steuerung zu tun wenn du nicht weißt wo du bist also bist behindert da ist gar keiner mehr oben auf dem bio lab jetzt habe ich mir ex einen weaver gezogen und da ist keiner mehr ja weil die jetzt alle drin sind und uns alle töten nacheinander ich glaube ich bin am channel ich bin oben macht das jawohl weg die sau kopfschuss mit der hellfire kairos kairos es ist das so er ist echt gut es ist ja okay der hat ein schild und hält einfach mal 100 schüsse aus leider drei leute in das könnten aus jungen alter was verfolgt mich in der bitte wie war nein muss sie ja fuck was hätte ich viel Geld m kann doch nicht sein wir haben nicht schon wieder zurückgeschlagen das können schulen jetzt push of all doch nicht sein jetzt push of all ball all ball bebel ja genau da gehen wir jetzt in all botanien ja die push nämlich da gerade raus wieder uns allatom botanien ja genau alle bums alle bums alle bums alle bums alle bums ich könnte es kotzen kriegen heute ich spiel echt zu selten kopf doch na wie hat er das überlebt der idioter überlebt alles oh jetzt setzt es das mox mox scheiße aber wir haben eine bouncing betty da liegen das ist natürlich geil boom gut oh wer war das jetzt jeder von den terrenern der hier gerade jubelst in den raum wo lauter heavies von uns drin sind auf einmal rein raped und unsere heavies rockt nicht auf jeden Fall dieser kairos ne bitfake achten ne ja bitfake demos korp aber nicht von der repel túper jojoo jojoo ich bin wieder reingerannt und hab einen angeneiffet aber das hat ihn nicht geblieben zwei granaten rein eine drin ja ihr an immer noch oh daddy was daddy oh komm daddy hat mich gekillt ne also nicht der daddy jetzt langsam das ist doch abartig jo daddy nä servus die größe das kann so langsam ganz recht Oktober auf habe ich so das Gefühl er wollte ich habe einen getötet und ich würde mich hätte von hinten geradet und erfreulich hat er auch immer im selben Euro getötet jawohl man kann das oder ist der lieb wenn er hat dort sind ich habe ich habe gesehen ich habe die Schüsse gesehen oder voll in die Fresse gekriegt so richtig hart ey ihr habt Daddy, ich habe ihn gesehen ich wüsste es gerne mal deine KD irgendwie meine KD ist 12,22 oh das geht ja aber die schlechter wie meine aber auch nur minimal oh Daddy hat Lappen, der hat mich getötet ja der küllt mich mit alles, das hat ey der küllt mich sogar mit Infusion wollte gerade sagen, der schmeißt dir sogar das Magazin an den Kopf, du bist tot ist so alt, aber wer mich davon... ach so, das... yes, ich hab... oh der war von RSO, nicht von RSO, komm immer Kitscha was, in deiner Küttchen? immer Kitscha in die Küttchen ich habe nicht mal mehr Geld um mehr Granaten zu kaufen, wie bitter ist das denn? wer in Oktober kommt von unten, wie treffe ich auch... oh ich hab einen weggeholt von der Oktober Level 23 jetzt, warum darf ein Level 23... ja, wohl, ein Vierziger keine Ahnung, vielleicht kennen sie den privaten so... darum... vielleicht nur noch im harten ... ich hab' ihr Medik geholt, da, der war nicht von RSO... haha, ich hab' ihr Medik... Arbeit war ihr Medik... oh, ihr mit noch ein paar Zer-Kairo-Skai... Kairo-Skairo-Skairo... der ist ja eh schon nicht OP-Gerarsch... egal ob er das immer zwei lightnings geiler egal egal ich habe abgewandt ich auch pria rios und jetzt sind schön zu uns an zeichern doch wir haben ja erdigt die wixen macht die wixer ich habe immer mehr handkranz ich hab nicht auch ein c4 auf dem erlebe nein 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 mein magazin alter wie alter wie viel hält er die könnten werden der die nein dieser post text ohne klaren wird einfach ein halbes magazin da er gefressen vier schüsse aus meiner links aus meiner desperados und hat einfach noch nicht mal das ganze schild verloren das ist aber ich habe noch ein ich habe immer noch keine granaten ja wie lange das ist die frage weil die kommentar und wollen uns alle töten die ruhig geblieben sind wir haben die getötet in serie die nein nicht sehen in fehlend zu mir hundert verschiedene hirn sind er war noch wir bleiben 40 wer mit sicherheitlich von brett doch oder die fähig ist nicht was war der kann die genug zahlkanzbisch überwürdig zu brauchen als er noch die los war aber er ist in karl weil das noch geil ist dass sie noch passen da ist wird immer besser ich glaube die die langweilig war nur er ist wohl nur also ich würde sagen dass daran nicht okay ist so das liegt glaube ich haben ja